Da ist er brecht. Simon, ist bei dir Jugger Nock? Jo. Okay, gut. Und das Zauberhändchen ist auch da. Oh, das ist das eiskalte Händchen, meinst du? Mhm. Ey, sag mal, wann kommt ein Speedcola hier endlich mal? Hey, der ist doch schon da. Der ist doch schon lange da. Wo denn? Neben dem grünen Haus. Äh, in diesem Eingang. Also, das ist überhaupt nicht in dem Haus. Neben dem grünen Haus, hör doch zu. Neben dem gelben, Mann, hau zu lügen. Ich hab's doch schon. Das ist neben dem gelben Haus, im Übrigen. Siehst du, Alex? Ja, okay, hör doch zu lügen. Ja, ich konnte es ja von hier nicht sehen. Simon, das ist nicht ihr Ernst. Junge, WTF, warum kommen die hier Zombies rein? Alter. Hinter dir. Ähm, Alex, ich hab Angst. Ja, ich auch. Kannst du mal Ossen werfen oder so? Gute Idee, gute Idee. Aber echt, Alter, ich renne jetzt erstmal hier weg. Ich auch. Junge, Alter, wie durch? Er denkt nicht an, damit er welche hat. Man muss ihn immer ändern. Lasst mal alle, lasst mal alle auf einem Haufen gammeln, oder? Ja, aber wir müssen sich alle Claymots kaufen, sonst... Oh, ich will mir Juggernaut kaufen. Ja, die immer. Jetzt hab ich Angst. Simon, schieß dich mal bitte weg. Ich will mir Juggernaut kaufen. Oh mein Gott, ganz großer Fehler, sich jetzt. Gamemots zu kaufen. Oh, Junge, WTF! Ich hab dir geholfen, ich hab da reingeschossen, ich hab da mit reingeschossen, auf zwei. Danke. Bitteschön, sehr gerne. Ich hab nicht mit dir gesprochen. So, du nicht, du stinkst. Achso. So, ich hab Game aus. Wer hat dir das erzählt? Okay, weil... Äh, wo wollt'n ihr chillen jetzt? Oben im Haus. Nicht, wo bist du? Ja, oben im Haus. Genau. Ich glaub da eh nicht, ne? Ich wär für Garten oder so. Oder nee, da spawnen die überall. Ja, Yolo, komm. Geh, wir chillen uns in eine Ecke, in die ganz böse Ecke. Ach, da wollt ihr hinten in eine Ecke, ich wollt hier in eine Ecke chillen. Ich wär aber für den anderen Garten, weil da könnte ich mir dann die M16 holen, die dann pecker fatschen, dann könnte ich immer M holen. Nein. Ja, wir gehen hier, wir gehen hier zu ihm hier. Hallo, komm mal. Gleichberechtigung für alle, Simon. Ist echt so. Okay. Komm, komm mal her. Was ist hier, die MPS? Nee, die will ich nicht. Hallo, würd ich mal kommen? Nein, bist du der Herr-Zombie oder das Zombie? Herr-Zombie? Nee, das? Ach, genau. Er. Das heißt, die Zombie-Frau. Das Ding. Warum hab ich ne Kiebsmaschine? Das ist eigentlich schlimm, dass ich nicht mal hingucke, Alex. Nee, ist nicht schlimm. Ich schaff das schon. Ich hab ja eine MG. Äh, ich bleib hier nicht. Ich hab M27 gepanscht und Raygan gepanscht. Ja, ich sollte vielleicht auch meine Waffe gepanscht. Also ich hab den Wüstenscheißer und... Den hast du? Wüstenscheißer. 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 Ja, da ist Wüstenscheißer bei uns. Also die M27 gepanscht ist Wüstenscheißer. Wüstenscheißer. Slash-Hammer oder SLDG-Hammer oder Haml. Aber leider muss ich die jetzt weggeben und hab dafür dann die Elsat geholt. Boah, Junge, die die Waffe übertreibt, Alter. Ich wusste. Und ich bin auch mit der Elsat später hinter mir. Oh, neulich hab die Elsat. Oh, neulich hab die Elsat direkt getauscht. Egal, neulich hab die Elsat. Jetzt kommt doch so ein Perk, ne? Ja, das kommt. Passt auf, ich würd mich nicht daneben stellen, was sonst... Alex, kannst du mal eben nen Affen werfen, oder so. Ja, oder den Juk. Ich hab einfach so reingeballert. Wie viel kostet's Pico, oder? Wo ist das Ding runtergeflogen? 3000. Wo ist denn das? Oh Gott, ich guck grad. Es ist drüben. Ne, warte, ich glaub, es ist im gelben Haus. Ich guck einfach mal rein, bevor ich hier dumme Werung schon dann auch stelle. Ne, ich bin schon hinter dir. Ne, hier ist es nicht. Draußen? Ja, wir wissen ja noch nicht mal, aber zu close. Deine Wobandspieger. Oh, Junge! Junge, wie... Ah, hier ist es. Äh, hier ist es. Junge, Adrenalin pur. Adrenalin pur, ich spür's euch. Kam grad eben so'n Zombie von unten nach oben gesprungen. Von... Von Bordstein zur Skyline. Ne, von der... Skyline zur Skyline. Von Bordstein zur Skyline. Ja, Junge! Hey, der ist mir jetzt gesicht anflogen, wie... Wie... Jetzt kommen ja die Ausreden. Ach, lutsch mir doch den Zehennagel. Junge, hier sind Zombies. Nicht wirklich. Doch. So'n paar... Ey, Alex. Ja? Das Spiel ist verbuggt, wenn da Zombies sind, ne? Ja, scheiße, echt. Fuck, dann müsst ihr das ausmachen jetzt. Scheiße, Junge, WTF, WTF? Alter. Alex, ich schätze dich, mach mal so ein, das hättest du echt gemacht, ne? Was? Spiel ausgemacht? Nö. Na ja, ja. Komm auch nicht. Da kommen ein paar Zombies jetzt raus. Du müsstest also aufpassen. Jetzt sind die alten Zombies tot. Alex, hast du doch Affen gehabt, oder? Ja, ich hatte auch Affen. Wir holen hinter dir! Wir holen hinter dir! Boah, fuck, Alter. Wow, jetzt, wo ich Affen werfe, ey? Du Idiot, du schmeißt den Affen ja auch gegen mich! Ist ja kaputt, dass ich hier auf mich drauflaufen! Wo ist ein Speedcola, Leute? Hilfe! Ist doch mit Absicht. Hier, hier drüben, da. Scheiße, Jagernok, erst mal Speedcola. Nein, nein, nein. Ich pack a Punja jetzt einfach mal. Hey, du hast hier nicht mal 30 Sekunden, um eine Nachricht zu schreiben, ey. Ist doch unglaublich. Hat man auch nicht. Das Spiel ist skrupellos. So skrupellos. Du Hurensohn. Es reicht, wenn wir uns einmal begegnen. Ne, man sieht sich immer zweimal am Leben. Es reicht, wenn wir uns einmal begegnen. Siehst du, ich bin skrupellos. Lied ist von Flair und heißt skrupellos. Könnt ihr euch ja mal anhören. Wie würdest du die Werbung machen für den Typen? Zumindest ich? Ist doch voll nice. So wie geil. Ich habe schon eine Vorstellung. Am Freitag erscheint das. Ein Maskulin Mixtape. Ja, ja. Achso, wir sind am 6.12. Am 6.12. Da ja gestern der 13. war. Da erscheint das nächste Mixtape. Das ist Maskulin Mixtape Vol. 4, die Straßenträumer Edition. Und wird wahrscheinlich ein Jihad Mixtape. Ah, Junge! Ey, was war das jetzt? Ich fühle mich nach Rot-Rot, Alter. Wer hat sich gefreut? Ja, so hart habe ich mich gefreut. Auf das Dinge da. Das Album. Äh, wie lange willst du eigentlich recorden, Alex? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das sind... Ja, das sind mehrere Parts. Das ist der... Das ist der Mega... Äh... Zombie Samstag. Ja, eben. Das ist die Special Edition zum... Äh, Weihnachten 13. Ja, das ist die Special Edition zum... Zum zweiten Zombie-Tag. Ist ja... Nur 5,99 wird das... T-Shirt. Hä, mit der F-A-T-Shirt? Da musst du noch rein, dass ich die T-Shirt kaufen. Ja, genau. Diese T-Shirts, die müsst ihr kaufen. Ähm, wer das nicht kauft, der ist irgendwie blöd. Das sind nämlich die besten T-Shirts. Es gibt keine besseren. Es werden auch nie wieder andere T-Shirts geben. Die, die sich das T-Shirt nicht kaufen, die sind Farid-Dank-Fans, Alter. Alter. Nicht so hart, okay. Oh, Junge, ich will da hin, aber... geht nicht. Jetzt. Was? Alter, wie oft kriegen wir ihn hier gerade? Ja, keine Ahnung. Ich sag mir das Zeug einfach... Ich weiß es nicht, aber ich glaube echt, Alex hat auf leicht gemacht. Nein, ich hab das nicht auf leicht gemacht. Ohne Scheiß. Das ist auf Original. Max, Moni... 5.5. Mal... Runde 40. Incoming. Ja, okay. Machen wir jetzt mal Runde 20. Ja, Junge. Ich wollte gerade sagen, wir schaffen es wahrscheinlich... Ich schaffe es normalerweise nicht mal bis Runde 5. Ich bin jetzt Runde 3 zusammengegangen. Ey, Junge, wir sind Runde 7, wir sind Runde 7, letztes Mal erst der Recht, okay, also bitte. Also bis Runde 5 schaffen wir es locker. Ey, wir haben 5 schon geschafft. Ja, ich weiß. Also bis Runde 25 schaffen wir es locker. Ja, wir sind schon Runde 17, Molek. Ja, ich weiß, Junge, diese ganzen Zahlen, das waren einfach so viele Zahlen für mich. Ich konnte auch nichts dafür. Ach so, das ist ja schon eine Schwierigkeit, bis 3 zu zahlen. Ja, 1. Nein, ich bin jetzt zusammenbruch. Wie dumm, Alter. Ey, warum beleidigst du mich jetzt? Nein, nicht nur, sondern... Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, okay, dann... Okay, dann... Okay, dann rufe ich jetzt mit euch vorgessehe, wer kann Alex am herdesten beleidigen? Okay. Boah, Juri, geil, Simon! Simon, Juri, guck mal hier! Hey, aber... Simon, wenn wir... Seid doch mal still. Wenn wir das jetzt spielen, Simon, ich kann dir sagen, wir haben direkt gewonnen. Boah! Also ich habe direkt gewonnen, weißt du warum, wie ich Alex richtig krass beleidige? Indem du was tust? Ich sage ihm, dass er ein Alex ist. Nein! Alter. War das noch in der Folge oder in der Folge vorher? Weiß ich nicht. In der Folge vorher. Oh, schade. Was ist dein Alex? Das ist jetzt so GZSZ-Style, ne? Du, das Highlight kommt dann einfach in der nächsten Folge. Muss ja auch, irgendwann muss ja auch das. Warum stellt ihr eigentlich eure komischen Gamers alle hier auf? Das sieht voll komisch aus. Ja, die eigentlich wehten da irgendwie. Vorhin war ich, wir stellen die hier so taktisch auf. Also drei davon sind von mir. Ich habe drei. Junge, ja ich sage es ihr, und eine gehört mir. Ja, ich sage es ihr, die Apokalypse steht kurz bevor. Die Claymo-Apokalypse. Wenn da jetzt eins, zwei Minuten, eins, zwei Minuten. Ja, lass mal einfach so viele Gamers da hinstellen, dass es so eine Atomexplosion gibt und das Spiel verpackt. Ja, auf jeden Fall. Ey, du bist einfach unlogisch. Das wäre irgendwie geil. Da kommt ein E-Sec und der Pfadder von Anad-A-Zone und dann schneidet der Moab rum. 20 Stunden. Moab. Moab. Moab is incoming. Ich habe die Folge gar nicht gesehen. Scheiß, ich habe die Folge nicht gesehen. Nein. Was heißt denn Moab? Mother of all bombs. Hey, du bist du... Hast du das echt nicht gesehen, Alex? Die war übergegangen, die Folge. Junge, den muss ich mir doch im Internet ansehen. Ja, ich meine, im Internet ansehen. Aber du... Hey, du hast ja gar kein Internet, oder? Nee, hab ich auch nicht. GTV. Ja, wir spielen auf so einer... Wie damals ist es... Dieses Schnur-Telefon. Sie sind auch alle bei mir. Ähm, würdet ihr mir bitte helfen? Wir haben so... Wir reden über solche Dosen, die an so einer Schnur festgemacht sind. Ähm, Alex, ich werde einen Scheiß tun und dir helfen, Alter. Du bist der Einzige mit Drecksaffen. Ja, ich habe doch... Ich wollte den Affen werfen, aber die waren zu schnell, die Zombies. Ja, aber wenn du einen Affen wirfst, schmeißt du... Sprinkst du dann immer durchs Zimmer, oder wie machst du das? Ja, ne? Hä, wie? Hä? Natürlich! Er drückt LB und springt dann einfach rissbar rum. Du wirst verarschen, du machst das doch jeder. Genau. Ach, guck mal, da ist... Ach so. Ja, guck. Ja! Hat eine AML. Ich schniet auch ein bisschen AML. Ja, vorhin waren da so 10.000 Max Ammo, und was jetzt? Ja, ne? Ich bräuchte ihn nicht, langsam mal. Jetzt bist du der Hülse. Jagernok. Ja, ich habe Jagernok. Den mal abstechen. Komm, wir nifen wir einen jetzt nur. Wir lassen einen übrig und der wird nur geneifed. Und wenn einer saun geht, der wird einfach gnadenlos ausgelacht. Nein, das ist gemein. Ja, ich versuche ich dich schon, damit er es auch geht. Ja, ich weiß. Deswegen ist es ja auch gemein. Da ist einer. Los, der wird nur geneifed. Wie es ausschaut. Toll. Junge, was machst du denn? Ist der Schlagring gut? Soll ich mir den kaufen? Ich würde mir das Bowie nachholen, das ist lustiger. Nein, Schlagringe stärker. Und Bowie darf es wissen. Junge, jetzt hab ich so richtig... Aber ich glaube, beim Taser da, wenn die noch so getasert hat, dann wissen die nicht, was sie tun sollen. Genau, weil... Und packen die deshalb Igel aus. Ja, genau. Ey, ich hab voll den Plan. Wir machen einfach mal einen Zombie-Samstag, wo wir noch Messer an oder sowas. Junge, der Zombie wollte nicht drauflegen. Ja, dann irgendwo in der Map, wo so eine kleine, wie die hier. In der Tauern. Aber ja, das machen wir am besten auf Tauern. Ich bin mir voll auf die Friste mit Schlagringern. Da-bam. Junge. Oh mein Gott. Junge, und... BWTF, Junge. Vor allem auf einmal gegen das Insta weg. Und mit Mustang und Sally. Und wer sich selbst jubt, der wird ebenfalls gnadenlos ausgelacht. Also, das wird... Der darf zwei Wochen nicht mehr mitmachen, wenn wir was aufnehmen. Nein. Ja, wow. Das ist ja... Das wäre lustig, wenn es alles immer kann. Muss ich ja... Muss ich ja... Oh, Junge, BWTF! Junge, ich dachte, da wäre nichts gewesen. Junge, so viele Zombies. Alter, Junge. Jetzt ist der hat in die Hose gerutscht. Ey, komm, komm wieder hoch, Herz. Oh, jetzt geht's wieder. Was? Dein Cock ist der in die Hose gerutscht. Nein, mein Herz, Mann. Ja, das... Oh, Junge. Voll viele Zombies. BWTF, könnt ihr mir mal bitte helfen? Vielleicht ein bisschen. Ich komme... Na, brauchst du nicht. Ich habe einen Affen geworfen. Ich hatte ja noch welche. Wo steckt die Gamers da immer so geil? Bin doch gar nicht. Die sind strategisch gut platziert hier. Ja, gut, jetzt haben die hier keine Chance. Lass sie einfach mal auf den Haufen, ich denke. Oder lassen wir so ein Training damit er machen und der wird dann hier durchgeführt. Und dann alles hochgegangen und dann durchgeführt. Wie einfach mal, dass alles weg ist. Außer eine von Timo und eine von Daniel. Loll auf jeden. Alter, BTF! Nein, ich habe keinen... Alter. Hey Alex, warum bist du so schlecht eigentlich? Ich weiß nicht, aber ich habe eine 37er KD, Simon. Dankeschön. Hinter dir! Vor allem, er hat beim Zombie-Modus eine KD. Er hat eine 37er KD. Jetzt nicht mehr, aber davor. Ich habe keinen Juggerhead-Dock mehr. Aber ich kann es verkaufen. Ja, dann würde ich mal sagen, kannst du welches kaufen, ja? Gute Idee, Simon. Dankeschön. Warum hast du... Du miese Ratte, Simon. Das war Alex. Das war ich. Alex sagt einfach mal, dass... Außerdem wusste ich, dass er direkt mich meint. Bullshit. Bullshit incoming. Junge, mach sie tot. Dankeschön. Mach sie tot. Oh, ich habe den Zombie-Jumpshot gegeben. Oh, Junge. Ich gebe den Zombie-Turn-On. Ey, wir gehen alle in diese kleine Garage da rein. Die, wo hier in den Garten ist. Daniel! Nein! Nein! Ich werfe, ich werfe, ich werfe Affen. Warte. Ich werfe einen kleinen Simon. Oh, der Simon springt ja gerade. Oh, der Simon springt ja gerade. Oh, der Simon sieht der Simon. Ey, du rutsst durch dein Zimmer, musst du sagen. Ja, ich jump durch mein Zimmer. Ey, lass mal echt alle in die Garage gehen. Oh Gott, okay. Ja, nächste Runde, wenn ich wieder ein Game-Ross habe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. In der Mitte kommen voll viele Zombies, Alter. Alter, Junge, da kommen voll viele Zombies. Ich hätte gerne mal schneller nachladen. Oh mein Gott, ich habe Angst, ich habe Angst. Junge, BTF. BTF, Mann, Junge, was zur Hölle. Warte, lass ich schon wieder. Was zur Hölle. Alex ist der schlechteste Call of Duty-Spieler aller Zeiten. Junge, seht ihr das? Hallo, hallo, danke. Ich... Ich muss mich 11 Mal ja gar nicht noch kaufen. Aber Simon ist in der dritten Runde verreckt. Wir sind der zweiten. Ab, ab in die Garage. Ja, das werden wir überleben, das überleben wir. Los, jetzt, komm, 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 komm. Ich sehe, dass du kommst, dass ich der Einzige da drinnen bin. Welche Garage meint ihr? Na die hier, wo wir gerade reinkriegen. Ey, voll, wir stand davor. Ich will mir noch einen Park holen. Nein, komm her jetzt. Alex, komm jetzt hierher. Ich bin doch hier. Simon, komm jetzt. Da ist er hier. Wenn ich meine, dass mal Alex anschreit. Die kommen auf das Dach. Oh mein Gott. Echt? Scheiße, das ist ein Loch, stimmt's? Ich gehe, wieso gehen wir nicht lieber in die andere? Die andere wäre irgendwie besser. Nein. Die andere, raus hier. Raus hier. Ja, bitte, helf mal. Ich glaube, ich darf nicht. Ah. Hier, raus. Wenn, Daniel. Ja, ich versuch's. Gehen wir in die andere? Aufs Lampe. Fuck, ey. Lass ihn liegen. Lass ihn liegen. Alex schreit einen Affen. Alex schreit einen Affen. Ich habe keine Affen mehr. Ich habe keine Affen mehr. Ah, Junge, ich habe voll viele Zombies besäucheln. Okay, okay, jetzt geht's. Jetzt hast du langsam wieder beruhigt. Junge, hier sind Zombies. Junge, ja. Mein Gott, wir sind zu dämlich, Alter. Das ist ihr das Beste, Junge. Ich muss Pack-Up-Hun gehen. Alter. Alter, WTF. Mach weg. Mach weg. Ne, da war nix, okay. Okay, gehen wir jetzt in die Garage, oder was tun wir? Nein, ich muss mich erstmal noch... ...schneller nachladen wollen. Musst du das? Ja, muss ich. Junge, da sind Zombies, aber okay, erst mit... Die kommen ja nicht auf meine... Junge, BDF, Mann, die... Warum kommt die auf meine... Schon wieder die Aussage von dir. Ey, ich brauche einfach nur zwei Schläge für die Zombies mit dem Jack-Ring. Das ist ja voll geil. Ich brauche nur 450.000 Schläge. Ohne Schlache. Junge, ich habe Zielsuche auf meiner Waffe, ey. Ich schwöre, kre. Kre? Kre. Hallo, ich bin in der Garage, wo seid ihr? Oh, Junge, keine Ahnung, wo ist denn die Garage? Oh, mein Gott. Oh, Junge, WTF, da kommen Zombies, Mann. Oh, okay. Echt? Schöne. Aber auch so zu spoilern, Mann. Junge, scheiße, Junge, da ist nicht ein Zombie drin. Wo seid denn die alle hin? Ja, ich habe vielleicht keine Ammo mehr, ich muss jetzt hier nochmal was Pack-Up-Punchen. Bisschen Geld rausschmeißen. Alter, mach die platt, mach sie platt. Oh, Junge, scheiße, wir werden die sterben, wir werden die sterben. Ja? Oh, Gott. Nein. Euer Scheiß-Arm. Das war eine sehr kluge Idee. Das war eine sehr kluge Idee von einem sehr klugen Mann. Wir haben drei Mann auf einem Haufen liegen, Alter. Simon, helf uns. Helf uns. Simon, sofort. Simon? Simon? Simon. Ich bin gleich krank. Ich bin gleich krank. Ich bin gleich krank. Aber der auch. Also. Ach, scheiße. Simon, helf uns, wir helfen dir. Simon, wir haben eine Rate Guns, helf uns. Feier! Junge! Oh, mein Gott. Oh, Junge, helf mir mal, Scheiße, Junge, shit, 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 Simon, Simon, oh, Scheiße, er ist ja auch tot. Hey, Junge, er ist nicht tot. Oh, Junge, hier sind Zombies. Alex, helf mir, Alex. Ja, ich helf dir, komm, wir sollten hier raus. Junge, oh, shit. Simon, warum hast du mich nicht, Simon, warum hast du mich besp... Wo ist Daniel eigentlich? Ich bin tot. Er, Ecke, warte, Ecke, warte, ist abgehauen, oder? Nein, Daniel ist down. Und Simon, töte die Zombies. Junge, bitte, äh, Junge, das... Ah, du blockst mich! Junge, alter. Oh, mein Gott. Das war die beste Runde ever. Alter, wir haben fast nicht mehr auf die Runde zu gehen. Das war der Special Edition Zombie Samstag. Ich verabschiede mich dafür. Tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch. Tschüss. Das letzte Wort bekommt jetzt, Simon. Ja, tschüss. Und Timo, was ist mit Timo? No, mein Gott. Timo? Okay, also, ciao. Ciao.